Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu den Datenstrukturen in der Serie Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wollen wir mit den wichtigsten Datenstrukturen anfangen und naja, was könnte es anders sein als das Array, als allererste Datenstruktur, die man überhaupt nur kennen muss. Arrays sind in den allermeisten Programmiersprachen direkt vorinstalliert, sozusagen könnte man meinen, und ja, haben einfach einen direkten Bezug intern. Das heißt, die sind einfach quasi sofort erreichbar, weil sie einfach sehr, sehr nah und sehr, sehr einfach in der Hardware auch zu realisieren sind. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze erstmal so vorstellen. Das ist einfach quasi eine feste Tabelle. Und wie ihr vielleicht wisst, sind diese Tabellen, nun ja, nicht ganz so flexibel. Diese Tabellen haben eine feste Anzahl an Spalten und eine feste Anzahl an Reihen. Und die Dinger sind sogar noch flexibler, als jetzt zum Beispiel ein Array ist. Eine Tabelle hat in diesem Fall einfach wirklich exakt neun Felder. Also Arrays haben exakt neun Felder. Wenn ich dieses Array A baue und dem sage, hey, ich habe neun Felder, dann hat das neun Felder und zwar bis ewig. Und wenn ich jetzt plötzlich ein Array mit zehn Feldern haben möchte, wisst ihr, was man dann machen muss? Na ja, man muss tatsächlich hier ein komplett neues Array B bauen und dem sagen, hey, du bist jetzt zehn groß. Und dann kann man tatsächlich diese oder muss man diese neun Elemente von Array A in das Array B reinkopieren. Und dann kann man ein Zehntes noch anfügen am Ende zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr ein Element einfügen wollt, das dauert einfach ewig. Ja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt sehr, sehr viele Elemente drin habt, dann braucht das natürlich deutlich länger. Das heißt, wir reden hier auch wieder von einer Laufzeitenabhängigkeit von n, nicht von 1. Und das ist ziemlich, ziemlich schlecht. Das heißt, es ist absolut unflexibel. Wie ich gerade gesagt habe, einfügen dauert wirklich so lange, wie viele Elemente wir haben. Also wir müssen erst das neue Array erstellen. Dann müssen wir alle Elemente rüber kopieren. Und dazu müssen wir natürlich jedes Element anfassen. Deswegen die Laufzeitanalyse von letztem Mal. Wir müssen jedes Element in dieses neue Array reinkopieren. Okay. So, dafür ein geiler Punkt. Der Zugriff. Der ist tatsächlich ein O von 1. Also der geht direkt. Denn Arrays, die, wie ich ja schon gesagt habe, sehr, sehr nah an der Hardware dran sind, die funktionieren halt auch einfach so gut, dass sie direkten Zugriff erlauben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte an mein siebtes Element, möchte ich jetzt zugreifen, dann geht mein Array her und zählt von oben durch. Und dann schaut es, was steht denn an siebter Stelle. Und das macht es einfach, indem es eine mathematische Operation durchführt. Das heißt, es muss nicht irgendwie hier von oben zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Sondern es sagt eben, ah, das ist Nummer 7. Einfach durch einmal was rechnen. Und dadurch bekomme ich direkt den Döner zurück, ja. Also, das wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber... Also, den echten Döner kriege ich leider nicht so. Aber, ja, das Element Döner in meinem Array, das kriege ich direkt zurück. Und das bedeutet, es geht in O von 1, also sofort. Ja, das dauert überhaupt nicht lange. Und da sind andere Datenstrukturen tatsächlich nicht bei O von 1, sondern bei O von N. Und das ist natürlich nicht so toll. Aber der Array, wunderbar, wenn ihr einfach nur auf eure Elemente zugreifen wollt. Aber wenn ihr häufig Elemente einfügen wollt am Ende, keine gute Idee. Wirklich nicht. Und genauso sieht es natürlich bei der Suche aus. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, sagt, ähm, hey, ich möchte gerne wissen, ob Paprika in meinem Array A drin ist. Was passiert dann? Naja, dann muss tatsächlich von oben durchgegangen werden. Schinken ist gleich Paprika. Nein. Käse, ist das Paprika? Nein. Alanas ist Paprika? Schon dreimal nicht. Salami ist Paprika. Ja, vielleicht Paprika-Salami, aber ist nicht ganz dasselbe. Paprika-Soße, auch nicht ganz dasselbe. Reis, ne, Döner, ne, Paprika-Art, da ist es ja. So, und dann sagt eure Funktion dazu oder euer Algorithmus dazu, okay, Nummer 8 ist Paprika. Ja, bringt euch halt relativ wenig, wenn ihr da schnell drauf zugreifen wollt. Vor allem, wenn ihr sehr, sehr viele Elemente habt. Das heißt, suchen dauert auch eben O von N. Also, es geht in O von N Laufzeit. Und genauso ist es beim Löschen, wenn ihr wirklich ein Element komplett rauslöschen wollt. Also, sagen wir mal, ihr macht jetzt ab sofort keine Sahne mehr auf euren Döner drauf oder auf was auch immer das da ist. Auf dieses ekelhafte, missgestaltete Essen-Ding, was in diesem Array gespeichert ist. Sagen wir mal, ihr wollt jetzt ab sofort keine Sahne mehr da drauf haben. Dann müsst ihr auch wieder hergehen und dieses Array komplett kopieren in ein neues Array B mit nur 8 Feldern. Und dann lasst ihr natürlich einfach natürlich die Sahne raus, ja. Das heißt, ihr kopiert Schinken, Käse, Ananas, Salami und so weiter und so fort in dieses neue Array B mit nur 8 Feldern rein und die Sahne lasst ihr halt weg. Dauert selbstverständlich auch O von N, ja. Also, quasi jedes Element muss einmal angefasst werden. Außer die Sahne, weil wir die natürlich flöschen wollen. So, das heißt, wir haben hier eigentlich eine Datenstruktur, die, nun ja, nicht ganz so geil ist, wie wir uns das wünschen würden. Aber dafür, also sie ist sehr, sehr unflexibel, weil sie eben diese feste Länge hat. Aber dafür haben wir einen sehr, sehr schnellen Zugriff. Und das ist doch schon mal was. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Und vor allem ist sie in den meisten Programmiersprachen direkt vorhanden. Das heißt, das hier ist unsere grundlegendste Datenstruktur, die man sich überhaupt nur überlegen kann. Und ja, deswegen ist sie auch tatsächlich eine der häufigsten. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal und da gibt es dann Linked Lists. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß.